Ja, ich wollte sowas an die eigene Stimme mal sagen, die unglaublich ausgenutzt werden. Ist uns das eigentlich klar? Guten Abend. Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf. Ihr seid sie sowieso. Ich wollte euch nur mal ein bisschen erklären, aus meiner Sicht, wie es heutzutage läuft. Ihr wisst ja nicht eh, dass wir alle ja ausgenutzt werden. Und das ein bisschen zu... Wir haben es eh gut bestätigt bekommen von vielen Sprechern vorher. Wirklich gute Leute, ganz gute Leute. Danke an euch. Übrigens einmal... Ich wollte sowas an die eigene Stimme mal sagen. Wie die unglaublich ausgenutzt werden. Ist uns jetzt eigentlich klar? Kann ich mal ein Ja hören? Kann ich mal ein Ja hören oder sowas? Wisst ihr eigentlich, wie ausgenutzt ihr werdet? Wirklich bitte? Ja! Hey! Wie viel Scheiße frest ihr aus dem Supermarkt? Zum Beispiel? Pillar, Spar, Bier, wie soll ich hier alles heißen wirklich? Bitte! Wer von euch geht wirklich auf den Wochenmarkt? Wer geht auf den Wochenmarkt und kauft sich wirklich gescheit zum Zunst, Gemüß, ein Gescheizfleisch und so weiter? Wer kann sich fressen? Keiner von euch meldet sich euch. Seht ihr was? Ihr seid selber schuldig. Es wurde vorher angesprochen. Ihr seid selber verantwortlich für euer Fressen, was ihr bekommt. Was tut ihr dafür? Ihr kauft euch einen Scheiß? Ich will keine schlechte Stimmung machen. Entschuldigung. Entschuldigung. Schlechts sind nicht gemeint, ja? Na, aber macht euch mal Gedanken drüber. Ich fick mein Hirn jeden Tag, was ich gescheit zu fressen bekomme, weil irgendwelche Idioten ständig zur Supermarkt einkaufen gehen. Lasst euch das durchs Hirn gehen. Eigentlich war's das. Das ist das Wichtigste. Ernährst euch vernünftig, ernährst euch gescheit, ernährst euch richtig und rebelliert gegen die Scheiße, die passiert. Langscht nicht mitikkert. Wo hoch ist es gestern? Langscht nicht mitgelistended Gäste, Und es möchte noch so nehm sein. Ich weiß nicht die Pläne drauf aber mal. Schlechtsverst Zurich und verteidigte, Masche von nachdem. Es ist so, was ihr seid. Es ist so, wir Cleveland. Es ist ein F그렇. Was ein Halter und nachdem. Wir haben ein Geschwasconservat. Der der Frauen. Bis zum nächsten Mal.